Der Narr liest Skandalgeschichte im Fürstentum O. Ein Sherlock-Holmes-Abenteuer von Arthur Conan Doyle Ich war damals erst kurz verheiratet und hatte darum eine Zeit lang nur wenig von meinem Freunde Sherlock Holmes gesehen. Mein eigenes Glück und meine häuslichen Interessen nahmen mich völlig gefangen, wie es wohl jedem Mann ergehen wird, der sich ein eigenes Heim gegründet hat, während Holmes, seiner Zigeunernatur entsprechend, jeder Art von Geselligkeit aus dem Wege ging. Er wohnte noch immer in unserem alten Logis in der Bakerstraße, begrub sich unter seinen alten Büchern und wechselte zwischen Kokain und Ehrgeiz, zwischen künstlicher Erschlaffung und der aufflammenden Energie seiner scharfsinnigen Natur. Noch immer wandte er dem Verbrecherstudium sein ganzes Interesse zu und seine bedeutenden Fähigkeiten sowie seine ungewöhnliche Beobachtungsgabe ließen ihn den Schlüssel zu Geheimnissen finden, welche die Polizei längst als hoffnungslos aufgegeben hatte. Von Zeit zur Zeit drang irgendein unbestimmtes Gerücht über seine Tätigkeit zu mir. Ich hörte von seiner Berufung nach Odessa wegen der Mordaffäre Trepoff, von seiner Aufklärung der einzig dastehenden Tragödie der Gebrüder Atkinson in Trimonale und schließlich von der Mission, die er im Auftrage des holländischen Herrscherhauses so taktvoll und erfolgreich zu Ende geführt hatte. Sonst wusste ich von meinem alten Freund und Gefährten wenig mehr als alle Leser der täglichen Zeitungen. Eines Abends, es war im März, führte mich mein Weg durch die Bakerstraße. Ich kam gerade von einer Konsultation her, da ich wieder meine Privatpraxis aufgenommen hatte. Als ich mich der wohlbekannten Tür näherte, ergriff mich der unwiderstehliche Drang, Holmes aufzusuchen, um zu erfahren, welcher Angelegenheit er augenblicklich sein außergewöhnliches Talent widmete. Seine Zimmer waren glänzend erleuchtet, und beim Hinaufsehen gewahrte ich den Schatten seiner großen, mageren Gestalt. Den Kopf auf die Brust gesenkt und die Hände auf dem Rücken durchmaß er schnell und eifrig das Zimmer. Ich kannte seine Stimmungen und Angewohnheiten viel zu genau, um nicht sofort zu wissen, dass er wieder in voller Tätigkeit war. Er hatte sich aus seinen künstlich erzeugten Träumen emporgerafft und war nun einem neuen Rätsel auf der Spur. Ich läutete sofort und wurde in das Zimmer geführt, das ich früher mit ihm geteilt hatte. Sein Benehmen war nicht übermäßig herzlich zu nennen, das war bei ihm überhaupt selten der Fall, und doch hatte ich das Gefühl, dass er sich freute, mich zu sehen. Er sprach kaum ein Wort, aber nötigte mich mit freundlichem Gesicht in einen Lehnstuhl, reichte mir seinen Zigarrenkasten herüber und zeigte auf ein Likörschränkchen in der Ecke. Dann stellte er sich vor das Feuer und betrachtete mich in seiner sonderbar forschenden Manier. »Die Ehe bekommt dir, Watson,« bemerkte er. »Ich glaube, du hast siebeneinhalb Pfund zugenommen, seit ich dich zuletzt sah.« »Sieben,« antwortete ich. »Wirklich? Ich hätte es für etwas mehr gehalten. Nur eine Kleinigkeit mehr, Watson. Und du praktizierst wieder, wie ich bemerke. Du erzähltest mir nichts von deiner Absicht, wieder ins Joch gehen zu wollen.« »Woher weißt du es denn?« »Ich sehe es, ich folgere es eben. Ich weiß auch, dass du kürzlich in einem tüchtigen Unwetter draußen gewesen bist und dass du ein sehr ungeschicktes, nachlässiges Dienstmädchen haben musst.« »Mein lieber Watson,« sagte ich, »nun, hör auf, vor einigen Jahrhunderten würden sie dich wahrscheinlich verbrannt haben. Ich habe allerdings am vorherigen Donnerstag eine Landtour gemacht und kam furchtbar durchnässt und beschmutzt nach Hause. Aber woraus du das schließen willst, weiß ich doch nicht, da ich ja sofort meine Kleider wechselte. Und unser Mädchen ist wirklich unverbesserlich. Meine Frau hat ihr schon den Dienst gekündigt, aber um alles in der Welt, wie kannst du das wissen?« Er lachte in sich hinein und rieb seine schmalen, nervösen Hände. »Das ist doch so einfach,« meinte er. »Meine Augen sehen deutlich, dass auf der Innenseite deines linken Stiefels, die gerade jetzt vom Licht erhellt wird, das Leder durch sechs nebeneinander laufende Schnitte beschädigt ist. Das kann nur jemand getan haben, der sehr achtlos den getrockneten Schmutz von den Rändern der Sohle abkratzen wollte. Daher meine doppelte Vermutung, dass du erstens bei schlechtem Wetter ausgegangen bist und zweitens ein besonders nichtswürdiges, stiefelaufschlitzendes Exemplar der Londoner Dienstbotenwelt hast. Und was nun deine Praxis betrifft, so müsste ich doch wirklich schwachköpfig sein, wenn ich einen Herrn, der nach Jodoform riecht, auf dessen rechtem Zeigefinger ein schwarzer Fleck von Höllenstein prangt, während die Erhöhung seiner linken Brusttasche deutlich das Versteck seines Stethoskops verrät, nicht auf der Stelle für einen praktischen Arzt halten würde. Ich musste lachen, mit welcher Leichtigkeit er diese Folgerungen entwickelte. Wenn ich deine logischen Schlüsse anhöre, erscheint mir die Sache lächerlich einfach, und ich glaube, es ebenso gut zu können, bemerkte ich, und doch überrascht mich jeder Beweis deines Scharfsinns aufs Neue, bis du mir den ganzen Vorgang erklärt hast. Nichtsdestoweniger sehe ich genauso gut wie du. »Sehr richtig,« entgegnete er, steckte sich eine Zigarette an und warf sich in den Lehnstuhl. »Du siehst wohl, aber du beobachtest nicht. Der Unterschied ist ganz klar. Du hast zum Beispiel häufig die Stufen gesehen, die vom Flur in dies Zimmer hinaufführen.« »Sehr häufig.« »Wie oft?« »Nun, sicher einige hundertmal.« »Dann wirst du mir wohl auch sagen können, wie viele es sind.« »Wie viel? Nein, davon habe ich keine Ahnung. Siehst du wohl, du hast zwar gesehen, aber nicht beobachtet. Das meine ich ja eben. Ich weiß ganz genau, dass die Treppe siebzehn Stufen hat, weil ich nicht nur gesehen, sondern auch beobachtet habe. Apropos, da ich dein Interesse für meine kleinen Kriminalfälle kenne, du hattest sogar die Güte, eine oder zwei meiner geringen Erfahrungen aufzuzeichnen. Wird dich vermutlich auch dies interessieren.« Er reichte mir einen Bogen dicken, rosa-farbenen Briefpapiers, der geöffnet auf dem Tisch lag. »Dies Schreiben kam mit der letzten Post an. Bitte lies vor.« Der Brief, der weder Datum noch Unterschrift und Adresse trug, lautete, »Ein Herr, der Sie in einer sehr bedeutungsvollen Angelegenheit zu sprechen wünscht, wird Sie heute Abend um drei Viertel acht aufsuchen. Die Dienste, die Sie unlängst einem regierenden europäischen Hause erwiesen, geben den Beweis, dass man Ihnen Dinge von allerhöchster Wichtigkeit anvertrauen kann. Dies Urteil wurde uns von allen Seiten bestätigt. Bitte also, zur bezeichneten Zeit zu Hause zu sein und es nicht falsch zu deuten, wenn Ihr Besucher eine Maske trägt.« »Dahinter steckt ein Geheimnis,« bemerkte ich. »Kannst du dir das erklären?« »Bis jetzt habe ich noch keine Anhaltspunkte. Es ist aber ein Hauptfehler, ohne dieselben Vermutungen aufzustellen.« »Unmerklich kommt man so der Theorie zuliebe zum Konstruieren von Tatsachen, statt es umgekehrt zu machen. Doch was schließt du aus dem Brief selbst?« Ich prüfte sorgfältig Schrift und Papier. »Der Schreiber lebt augenscheinlich in guten Verhältnissen,« meinte ich, »bemüht, das Verfahren meines Freundes so getreu als möglich zu kopieren. Das Papier ist sicher kostspielig, es ist ganz besonders stark und steif.« »Ganz richtig bemerkt,« sagte Holmes. »Auf keinen Fall ist es englisches Fabrikat. Halt es mal gegen das Licht.« Ich tat es und sah links als Wasserzeichen ein großes E und C und auf der rechten Seite ein fremdartig aussehendes Wappen in das Papier gestempelt. »Nun, was schließt du daraus?« fragte Holmes. »Links ist der Namenzug des Fabrikanten?« »Gut, aber rechts.« »Ein Wappen als Fabrikzeichen, ich kenne es jedenfalls nicht,« antwortete ich. »Dank meiner heraldischen Liebhaberei kann ich es dir verraten,« sagte Holmes. »Es ist das Wappen des Fürstentums O.« »Dann ist der Fabrikant vielleicht Hoflieferant,« meinte ich. »So ist's. Doch der Schreiber dieses Briefes ist ein Deutscher. Fiel dir nicht der eigentümliche Satzbau auf? »Das Account of you we have from all quarters received.« »Ein Franzose oder Russe kann das nicht geschrieben haben. Nur der Deutsche ist so unhöflich gegen seine Verben. Mein Junge, was sagst du dazu?« Seine Augen funkelten, und aus seiner Zigarette blies er große blaue Triumphwolken. »Nun, müssen wir noch herausfinden, was dieser Deutsche wünscht, der auf diesem fremdartigen Papier schreibt und es vorzieht, sich unter der Maske vorzustellen. Wenn ich nicht irre, kommt er jetzt selbst, um den Schleier des Geheimnisses zu lüften.« Der scharfe Ton von Pferdehufen und das knirschende Geräusch von Rädern ließ sich hören. Dann wurde draußen sehr stark geläutet. Holmes pfiff. »Das klingt ja, als wären es zwei Pferde,« sagte er. Er blickte aus dem Fenster. »Ja,« fuhr er fort. »Ein hübscher Brougham und ein paar Prachtgäule, jeder mindestens seine hundertundfünfzig Guinea wert. Na, Watson, wenn auch sonst nichts an der Sache ist, jedenfalls ist da Geld zu holen.« »Ich glaube, es ist wohl besser, ich gehe jetzt.« »Auf keinen Fall, Doktor, du bleibst, wo du bist. Was sollte ich wohl ohne dich anfangen?« »Außerdem verspricht die Geschichte, interessant zu werden, und warum willst du dir das entgehen lassen? Aber dein Klient, darüber macht er keine Skrupel. Vielleicht brauchen wir beide wirklich deine Hilfe. Er kommt jetzt, setz dich ruhig in der Lehnstuhl und pass auf.« Ein langsamer, schwerer Tritt, den man auf der Treppe und dem Gang gehört hatte, hielt plötzlich vor der Tür an. Gleich darauf wurde laut und energisch geklopft. »Herein!« sagte Holmes. Ein Mann trat ins Zimmer, dessen Größe wohl sechs Fuß, sechs Zoll betragen mochte. Er hatte die Brust und die Glieder eines Herkules. Seine Kleidung war auffallend reich, aber kein feiner Engländer hätte sie für geschmackvoll gehalten. Breite Streifen von Astrachan schmückten die Ärmel und den Kragen seines doppelreihigen Rockes. Der tiefblaue Mantel, den er über die Schultern geworfen hatte, war mit flammend roter Seide gefüttert und wurde am Halse durch einen funkelnden Berüll zusammengehalten. Seine Stiefel reichten bis zur halben Wade und waren oben mit reichem, braunem Pelzwerk besetzt. Sie vervollständigten den Eindruck fremdartiger Pracht, den seine ganze Erscheinung hervorbrachte. Er trug einen breitkrempigen Hut in der Hand. Die schwarze Halbmaske, die den oberen Teil seines Gesichts bedeckte, musste wohl eben erst angelegt sein, denn seine Hand hielt sie noch beim Eintritt gefasst. Die starke, etwas vorstehende Unterlippe und das lange, gerade Kinn sprachen von Entschlossenheit, wenn nicht Eigensinn. »Sie haben meinen Brief erhalten?« fragte er mit tiefer, rauer Stimme und ausgeprägt deutschem Akzent. »Ich habe Sie auf meinen Erscheinen vorbereitet.« Er blickte ungewiss von einem zum anderen. »Bitte, nehmen Sie Platz,« sagte Holmes. »Dies ist mein Freund und Kollege Dr. Watson, der die Güte hat, mir gelegentlich bei schwierigen Fällen zu helfen. Mit wem habe ich die Ehre.« »Nennen Sie mich Graf von Kramm aus X. Ich nehme an, dass ich in Ihrem Freunde einen Mann von Ehre und Diskretion vor mir habe, dem ich eine Sache von höchster Wichtigkeit anvertrauen darf, sonst würde ich es vorziehen, mit Ihnen allein zu verhandeln.« Ich erhob mich sofort, um das Zimmer zu verlassen, doch Holmes ergriff mich am Handgelenk und drückte mich auf meinen Sitz nieder. »Entweder beide oder keiner,« erklärte er fest. »Was Sie mir zu sagen haben, darf dieser Herr ebenso gut anhören.« Der Graf zuckte seine breiten Schultern. »Dann muss ich Sie beide auf zwei Jahre zu absolutem Schweigen verpflichten. Später hat die Sache bis auf meinen Namen keine Bedeutung mehr. Es ist aber nicht zu viel gesagt, wenn ich behaupte, dass augenblicklich die betreffende Angelegenheit imstande wäre, einen Einfluß auf die europäische Geschichte auszuüben.« »Ich verpflichte mich zu schweigen,« sagte Holmes. »Ich ebenfalls.« »Sie entschuldigen diese Maske«, fuhr unser seltsamer Besucher fort. »Doch ist es der Wunsch der hohen Persönlichkeit, in deren Auftrag ich handle, dass sein Agent Ihnen unbekannt bleibt. Gleichzeitig muss ich bekennen, dass ich mich unter falschem Namen eingeführt habe.« »Das wußte ich,« sagte Holmes trocken. »Die Umstände erfordern das äußerste Zartgefühl. Ein großer Skandal muss unter allen Umständen von einem fürstlichen Hause abgewendet werden, der es ernstlich kompromittieren könnte. Offengestanden, die Angelegenheit betrifft das erlauchte Geschlecht, der das regierende Haus in O.« Holmes lehnte sich bequem in den Lehnstuhl zurück und schloß die Augen. »Das wußte ich auch schon,« murmelte er. Anscheinend überrascht blickte der Fremde auf die lässig hingestreckte Gestalt des geschicktesten und tatkräftigsten Polizeiagenten Europas. Holmes hob langsam die Lieder und sah ungeduldig zu seinem hühnenhaften Klienten auf. »Wenn eure Hoheit nun geruhen wollten, mir den Fall zu erzählen,« bemerkte er, »ich wäre dann viel besser, imstande einen Rat zu erteilen.« Der Mann sprang von seinem Stuhle auf und schritt erregt im Zimmer auf und ab. Zuletzt riß er mit einer Gebärde der Verzweiflung die Maske vom Gesicht und warf sie zu Boden. »Sie haben recht,« rief er. »Ich bin der Fürst, warum soll ich es zu verbergen suchen?« »Ja, warum eigentlich?« murmelte Holmes. »Bevor eure Hoheit ein Wort äußerte, wußte ich, mit wem ich die Ehre hatte, zu unterhandeln.« Unser sonderbarer Besucher nahm wieder Platz und strich mit der Hand über seine hohe, weiße Stirn. »Aber Sie verstehen, Sie müssen verstehen, dass ich nicht gewöhnt bin, mich persönlich mit solchen Dingen zu befassen, und doch konnte ich diese delikate Angelegenheit keinem Vermittler anvertrauen, ohne mich gänzlich in seine Hand zu geben. In der Hoffnung auf Ihren Rat bin ich in Cognito nach London gekommen.« »Dann sprechen Sie bitte,« sagte Holmes wieder die Augen schließend. »Die Tatsachen sind in Kürze folgende. Vor fünf Jahren machte ich während eines längeren Aufenthaltes in Warschau die Bekanntschaft einer wohlbekannten Abenteurerin, Irene Adler. Der Name wird Ihnen wahrscheinlich nicht fremd sein. Sei doch so gut, Doktor, und schlage in meinem Verzeichnis nach,« sagte Holmes, ohne die Augen zu öffnen. Schon vor acht Jahren hatte er angefangen, alles ihm wichtige Erscheinende, mocht es nun Menschen oder Dinge betreffen, systematisch einzutragen, so daß man kaum eine Person oder Sache erwähnen konnte, von der er nichts Näheres zu berichten wußte. Diesmal fand ich die gesuchte Biografie, zwischen der eines Rabbiners und der eines Contra-Admirals, des Verfassers einer Abhandlung über die Tiefseefische. »Nun wollen wir mal sehen,« meinte Holmes. »Hm. Geborene New Jersey, Altstimme. La Scala, hm. Prima Donna an der Kaiserlichen Oper in Warschau, ja, von der Bühne zurückgetreten.« »Aha.« »Lebt in London, ganz recht.« »Eure Hoheit knüpft nun mit dieser jungen Person Beziehungen an und schrieben ihr einige kompromittierende Briefe, deren Rückgabe jetzt wünschenswert wäre.« »Ist nicht so.« »Ganz genau, aber wie?« »Hat eine heimliche Ehe stattgefunden?« »Nein.« »Es existieren auch keine Verträge oder Abmachungen?« »Keine.« »Dann begreife ich Eure Hoheit nicht recht.« »Wenn diese junge Person die fraglichen Briefe zur Erpressung oder zu anderen Zwecken benutzen wollte, wie vermöchte sie dann, deren Echtheit zu beweisen?« »Aber die Handschrift?« »Pah, Fälschung.« »Doch, mein besonderes Briefpapier ist gestohlen. Mein Siegel nachgeahmt. Meine Fotografie gekauft.« »Aber wir sind ja beide zusammen auf dem Bilde.« »Oh weh. Das ist sehr böse. Damit haben Hoheit allerdings eine Unvorsichtigkeit begangen. Ich war verrückt. Von Sinnen.« »Eure Hoheit haben sich ernstlich kompromittiert.« »Ich war damals noch sehr jung und nicht an der Regierung. Ich zähle jetzt erst dreißig.« »Das Bild muss wieder herbeigeschafft werden. Bis jetzt war alles vergebens. Haben Sie es mit Geld versucht?« »Sie gibt es um keinen Preis her.« »Na, dann wird es gestohlen.« »Das ist schon fünfmal versucht worden. Zweimal ließ ich in ihrer Wohnung einbrechen. Einmal wurde ihr Gepäck auf einer Reise durchstöbert. Zweimal wurde sie überfallen, alles umsonst.« »Keine Spur davon.« »Nicht die geringste.« Holmes lachte. »Die kleine Geschichte ist ja recht nett.« »Aber für mich ist sie verteufelt ernst,« meinte der Fürst vorwurfsvoll. »Das stimmt.« »Was beabsichtigt sie nur mit der Fotografie?« »Sie will mich ins Unglück stürzen.« »Wie das?« »Ich stehe im Begriff, mich zu verheiraten.« »Ich hörte davon.« »Und zwar mit Clothilde, der zweiten Tochter des Königs von...« »Sie kennen wahrscheinlich die starren Grundsätze dieser Familie. Die Prinzessin selbst ist die personifizierte Empfindsamkeit. Viele der leiseste Schatten auf mich würde man den Plan sofort aufgeben.« »Und Irene Adler?« »Droht Ihnen das Bild zu schicken.« »Sie tut es auch. Ich weiß es, dass sie es tut. Sie kennen ihren eisernen Willen nicht, ach, ihr liebliches Madonnenantwitz verrät ja leider nichts davon. Es gibt nichts, dessen sie nicht fähig wäre, um diese Heirat zu verhindern. Absolut nichts. Es ist gewiss, dass sich das Bild noch in ihrem Besitz befindet. Sicher. Woher wissen Sie es? Sie hat geschworen, es erst am Tage der Bekanntmachung der Verlobung abzuschicken. Der ist am nächsten Montag.« »Oh, dann haben wir noch drei Tage vor uns,« sagte Holmes gemütlich. »Das trifft sich ja sehr glücklich, denn jetzt muss ich mich noch ein oder zwei wichtigen Angelegenheiten widmen. Hoheit bleiben doch fürs Erste in London. Gewiß. Sie finden mich bei Langham unter dem Namen des Grafen von Kramm. Dann werde ich also dorthin über unseren Erfolg berichten.« »Ich bitte darum. Sie können sich meine Aufregung vorstellen.« »Und bleibt noch die Geldfrage zu erledigen.« »Sie haben Vollmacht.« »Vollständig. Eines meiner Stösser wäre mir nicht zu viel für das Bild.« »Und die augenblicklichen Ausgaben?« Der Fürst zog eine dicke Geldtasche unter dem Mantel hervor und legte sie auf den Tisch. »Hier sind dreihundert Pfund in Gold und siebenhundert in Papieren,« sagte er. Holmes kritzelte eine Empfangsbestätigung auf ein Blatt seines Notizbuches und überreichte es ihm. »Die Adresse der Dame ist Briony Lodge, Serpentine Avenue, St. John Wood.« Holmes notierte sie sich. »Noch eine andere Frage. War es ein Kabinettbild?« »Allerdings.« »Nun, gute Nacht, Hoheit, und ich darf wohl die Hoffnung aussprechen, bald günstige Nachrichten senden zu können. Gute Nacht auch, Watson,« fügte er hinzu, als die Räder des fürstlichen Wagens die Straße hinabrollten. »Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich morgen Nachmittag um drei Uhr aufsuchen würdest. Ich möchte gerne mit dir über die Sache plaudern.« Pünktlich um drei Uhr erschien ich in der Bäckerstraße, aber Holmes war noch nicht heimgekehrt. Die Wirtin erzählte mir, er wäre kurz vor acht Uhr morgens fortgegangen. Ich setzte mich mit der festen Absicht an den Kamin, ihn unter allen Umständen zu erwarten. Der vorliegende Fall erregte mein höchstes Interesse, und wenn er auch nicht den schrecklichen, seltsamen Charakter trug, wie die beiden Verbrechen, die ich schon früher aufzeichnete, so gab ihm doch die Natur der Sache und die erlauchte Persönlichkeit des Klienten ein ganz eigenartiges Gepräge. Nebenbei gewährte es mir stets aufs Neue ein Vergnügen, die klare, schlagende Logik meines Freundes zu beobachten und den meisterhaften Griff, mit dem er eine Situation erfasste. Ich war an das beständige Gelingen seiner Aufgaben so gewöhnt, dass mir die Möglichkeit eines Misserfolges überhaupt nie in den Sinn kam. Kurz vor vier Uhr wurde die Tür von einem angetrunken aussehenden Reitknecht, mit schlecht gekämmtem Haar und Backenbart geöffnet. Das gerötete Gesicht und die nachlässige Kleidung machten entschieden einen heruntergekommenen Eindruck. Trotzdem ich die auffallende Geschicklichkeit meines Freundes in Verkleidungen kannte, dauerte es doch geraume Zeit, bis ich sicher war, ihn vor mir zu haben. Mit einem leichten Kopfnicken verschwand er im Schlafzimmer und erschien nach fünf Minuten elegant gekleidet und tadellos wie immer. Die Hände in den Taschen streckte er sich behaglich vor dem Kamin aus und fing herzlich an zu lachen. »Das ist wirklich gut!« rief er und brach wieder in sein anhaltendes Lachen aus, bis er atemlos und erschöpft innehalten musste. »Was ist denn los?« »Es ist zu komisch. Du errätst sicher nicht, womit ich mich heute beschäftigt habe und wie ich meine Tätigkeit beschloss.« »Keine Ahnung. Vermutlich hast du Haus und Gewohnheiten von Fräulein Irene beobachtet?« »Ganz recht, und ich habe allerlei Merkwürdiges erlebt. Lass dir erzählen. Ich verließ also als stellenloser Knecht heute früh meine Wohnung. Ich sage dir, unter diesen Pferdemenschen herrscht eine wunderbare Kameradschaft. Gehöre zu ihnen, und du erfährst alles, was du wissen willst. Ich fand denn auch bald die Wohnung. Die zweistöckige Villa ist wirklich ein Bijou. Hinten dehnt sich ein Garten aus, während die Vorderseite des Hauses bis dicht an die Straße grenzt. Rechterhand befindet sich ein geräumiges, schön ausgestattetes Wohnzimmer mit großen, fast zum Boden reichenden Fenstern und jenem dummen englischen Fensterverschluss, den jedes Kind öffnen kann. Sonst war nichts Bemerkenswertes zu entdecken, höchstens die Möglichkeit, vom Dach des Kutscherhauses in das Flurfenster zu gelangen. Ich schlenderte die Straße hinab und fand richtig meine Erwartungen nicht getäuscht. In einem Gässchen, das sich an einer der Gartenmauern entlang zog, lag ein Pferdestall. Ich half den Stallknechten beim Abreiben ihrer Pferde und verdiente damit ein Trinkgeld, ein Glas Bier und so viel Auskunft über Fräulein Adler, als ich nur wünschte. Natürlich musste ich dafür die Biografien von mindestens zwölf Leuten aus der Nachbarschaft, die mich nicht im geringsten Interessierten mit in Kauf nehmen. »Nun? Und die Irene Adler?«, fragte ich. »Oh, sie hat allen Männern im ganzen Stadtteil die Köpfe verdreht. Sie ist das entzückendste Geschöpf unter der Sonne. Darüber herrscht nur eine Stimme in den Pferdeställen der Serpentine Avenue. Sie lebt sehr zurückgezogen, singt in Konzerten und fährt täglich um fünf Uhr aus. Um sieben kehrt sie dann zum Essen zurück. Zu anderer Tageszeit verlässt sie selten das Haus. Sie empfängt nur die häufigen Besuche eines brünetten und auffallend hübschen Herrn. Er kommt täglich ein, ja, auch zweimal, und ist ein Herr Godfroy Norton aus dem Inner Temple. Da siehst du, welch einen Vorteil es bringt, Kutcher zu vertrauten zu haben. Sie hatten ihn mindestens ein Dutzend Mal nach Hause gefahren und waren genau über ihn orientiert. Als ihr Redefluss versiegt war, wanderte ich langsam in der Nähe auf und ab und entwarf meinen Feldzugplan. Dieser Herr Norton war entschieden ein nicht zu unterschätzender Faktor in dieser Angelegenheit. Er ist Jurist, das klang fatal. Welche Beziehungen bestanden zwischen diesen beiden und welchen Grund hatte er zu seinen häufigen Besuchen? War sie seine Klientin, Freundin oder seine Geliebte? Im ersteren Falle hatte sie ihm wahrscheinlich das Bild in Verwahrung gegeben. Im letzteren war das weniger zu befürchten. Hiervon hing es aber doch ab, ob ich in der Villa meine Nachforschungen fortsetzen oder das Feld meiner Tätigkeit in die Wohnung des Herrn verlegen musste. Das war ein sehr kniffliger Punkt und machte die ganze Sache weit verwickelter. Ich fürchte, diese Details langweilen dich, aber zum weiteren Verständnis der Situation sind sie durchaus notwendig. Ich folge dir sehr aufmerksam, antwortete ich. Ich war mit der Geschichte noch nicht im Klaren. Als ein Wagen sich näherte und vor der Villa hielt, ein auffallend hübscher Mann mit einer Adlernase in seinem wertigen Gesicht sprang heraus, zweifellos derselbe, der mir beschrieben wurde. Er schien große Eile zu haben, befahl dem Fahrer zu warten und eilte an dem öffnenden Mädchen mit der Mine eines Mannes vorüber, der sich völlig zu Hause fühlt. Sein Aufenthalt dauerte ungefähr eine halbe Stunde. Ich konnte ihn zuweilen durch das Fenster des Wohnzimmers erblicken, indem er erregt, sprechend und lebhaft gestikulierend auf- und niederschritt. Von ihr war keine Spur zu entdecken. Plötzlich kam er in verstärkter Aufregung wieder heraus. Bevor er einstieg, warf er einen Blick auf seine Uhr. »Fahren Sie wie der Teufel«, befahl er. Zuerst zu Groß und Hanky in Regent Street und dann nach der Kirche St. Monitor in Edgeware Road. Eine halbe Guinie, wenn die Fahrt nur sieben Minuten dauert. Fortging es, und ich überlegte eben, ob ich Ihnen nicht folgen sollte, als ich einen hübschen kleinen Viersitzer das Gästchen heraufkommen sah. Der Fahrer hatte kaum vor der Türe gehalten und war noch nicht damit fertig, die Knöpfe seines Rockes zu schließen, als sie schon eilig aus der Haustür schlüpfte und selbst den Schlag aufriss. »Nach der Kirche St. Monitor, John«, rief sie, »und einen halben Souverain, wenn du in sieben Minuten dort bist.« Ich sah sie nur ganz flüchtig, doch es genügte, um jede Torheit eines Mannes begreiflich zu finden. Die Gelegenheit durfte ich mir nicht entgehen lassen, Watson. Glücklicherweise fand ich ein Fahrzeug in der Nähe, das mich aller Zweifel enthob, auf welche Weise ich dasselbe Ziel erreichen konnte. Der Fahrer wusste nicht recht, was er aus seinem schäbigen Fahrgast machen sollte, aber ehe er noch Zeit zu irgendwelchen Einwendungen fand, saß ich schon im Wagen. Ein halber Souverain, wenn sie die Kirche von St. Monika in sieben Minuten erreichen. Es fehlen noch zehn und eine halbe Minute an zwölf Uhr und es lag klar auf der Hand, was vor sich gehen sollte. Mein Wagen fuhr sehr rasch, aber sie waren doch früher zur Stelle. Als ich ankam, hielten die beiden Wagen schon vor der Kirchtür. Ich bezahlte meinen Fahrer und ging schnell hinein. Außer den beiden Gesuchten und einem sehr bestürzt aussehenden Geistlichen, der eifrig auf sie einsprach, war keine Seele weiter zu sehen. Alle drei standen in einer dichten Gruppe vor dem Altar. Ich schlenderte mit der Miene eines Müßiggängers, der zufällig in eine Kirche geraten ist, durch das Seitenschiff. Zu meiner großen Überraschung richteten plötzlich die drei ihre Aufmerksamkeit auf mich, und Godfrey Norton schritt rasch auf mich zu. »Gott sei Dank,« rief er, »Sie können uns einen sehr großen Dienst erweisen. Kommen Sie schnell, schnell!« »Was soll ich denn?« fragte ich. »Kommen Sie nur, kommen Sie nur, es fehlen nur noch zwei Minuten, sonst ist die Sache ungültig.« Ich wurde halb zum Altar geschleppt, und bevor ich recht wußte, was geschah, hörte ich mich Antworten murmeln, die in mein Ohr geflüstert wurden, und Dinge bezeugen, von denen ich keine Ahnung hatte. Kurzum, ich assistierte bei der feierlichen Verbindung von Jungfrau Irene Adler mit dem Junggesellen Godfrey Norton. Im Augenblick war alles vorüber, und dann dankte mir ein Herr rechts und eine Dame links, während mir der Prediger von vorn seine Zufriedenheit ausdrückte. Ich sage dir, ich habe mich nie in einer alberneren Lage befunden, und es war die Erinnerung daran, die mich vorhin so zum Lachen brachte. Mit dem Trauschein hatte es sicher einen Haken, und der Geistliche weigerte sich außerdem ganz entschieden, die Zeremonie ohne Zeugen vorzunehmen. Wäre ich nicht zufällig dort gewesen, so hätte sich der Bräutigam seinen Trauzeugen von der Straße holen müssen. Die Braut schenkte mir einen Souverän, den ich zum Andenken an meiner Uhrkette tragen werde.« »Das ist ja eine sehr unerwartete Wendung«, sagte ich. »Was nun?« »Ja, mein Vorhaben wurde jetzt ernstlich bedroht. Es hatte den Anschein, als wollte das Paar sofort abreißen, und da galt es meinerseits, die schnellsten und energischsten Maßregeln zu treffen. Doch an der Kirchentür trennten sie sich. Er fuhr nach dem Tempel und sie nach ihrer Wohnung. Um fünf Uhr fahre ich wie gewöhnlich in den Park«, rief sie ihm zu. »Mehr hörte ich nicht. Sie entfernten sich nach verschiedenen Richtungen, und ich machte mich auf den Weg, um mich meinen eigenen Angelegenheiten zu widmen.« »Und die sind?« »Etwas kaltes Roastbeef und ein Glas Bier dazu«, antwortete er, indem er klingelte. »Ich habe bis jetzt keine Zeit gehabt an Essen und Trinken zu denken, und der Abend wird mir wahrscheinlich noch mehr Arbeit bringen. Ich möchte übrigens um deine Unterstützung bitten, Doktor.« »Mit Vergnügen? Du hast doch keine Angst, einen Verstoß gegen das Gesetz zu begehen?« »Nicht im Geringsten.« »Ebenso wenig fürchtest du dich, gegebenenfalls eingesteckt zu werden?« »Für eine gute Sache nie.« »Oh, die Sache ist vortrefflich. Also bestimme über mich.« »Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen könnte.« »Was hast du denn vor?« »Wenn Frau Turner alles hereingebracht hat, will ich dir es erzählen.« »Verzeih«, sagte er, sich hungrig dem einfachen Mahl zuwendend, das unsere Wirtin bereitgehalten hatte. »Ich muss schon während des Essens meinen Vortrag halten. Mir bleibt nur wenig Zeit übrig. In zwei Stunden müssten wir uns auf dem Schauplatz unserer Tätigkeit befindenden Fräulein oder vielmehr Frau Irene kehrt um sieben von ihrem Ausflug zurück. Wenn wir sie treffen wollen, müssen wir deshalb nach Briony Lodge.« »Und dann?« »Alles Weitere überlass mir. Ich habe schon alle Vorkehrungen getroffen. Doch auf etwas muss ich bestehen, was auch immer kommen mag. Du darfst dich in keiner Weise einmischen. Verstanden? Also ich soll also neutral bleiben?« »Vollständig.« »Wahrscheinlich wird es zu einigen Misshelligkeiten kommen. Kümmere dich nicht darum. Wenn ich, was die Hauptsache ist, ins Haus geschafft werde, hört jeder Streit auf. Vier bis fünf Minuten später wird das Fenster des Wohnzimmers geöffnet werden. Du musst dich in der Nähe dieses offenen Fensters halten.« »Ja.« »Du kannst mich von draußen erblicken und darfst mich nicht aus den Augen lassen. Sobald ich nun meine Hand erhebe, wirfst du den Gegenstand ins Zimmer, den ich dir geben werde, und schreist zur selben Zeit Feuer! Merkst du dir das auch alles?« »Aufs Genaueste.« »Es ist nichts Gefährliches,« sagte er und zog eine lange, zigarrenförmige Rolle aus der Tasche. »Es ist nur eine gewöhnliche Rauchrakete, wie sie die Bleiarbeiter bei uns gebrauchen. An beiden Enden mit Zündhütchen versehen, welche die Selbstentzündung verursachen. Darauf beschränkt sich deine ganze Aufgabe. Dein Feuerruf wird rasch verbreitet werden. Du gehst dann ruhig die Straße hinunter und in ungefähr zehn Minuten bin ich wahrscheinlich bei dir. Hoffentlich habe ich mich deutlich ausgedrückt. Ich muss neutral bleiben, mich dem Fenster nähern, dich beobachten auf dein Zeichen, dies hineinwerfen, dann Feuer schreien und dich an der Straßenecke erwarten.« »Ganz richtig.« »Du kannst dich völlig auf mich verlassen.« »Vortrefflich. Doch nun ist's wohl Zeit, mich auf meine Rolle vorzubereiten.« Er begab sich in sein Schlafzimmer und kehrte nach wenigen Minuten als ein liebenswürdiger, schlicht aussehender Methodistenprediger zurück. Sein breiter, schwarzer Hut, seine weiten Beinkleider, die weiße Perücke, das milde Lächeln und der eigentümliche, stets damit verbundene Ausdruck im Verein mit wohlwollender Neugier konnten kaum treffender dargestellt werden. Aber Holmes wechselte nicht nur seinen Anzug. Seine Züge, sein Benehmen, ja sein ganzes Wesen schien ebenfalls mit jeder neuen Rolle zu wechseln. Zehn Minuten vor sieben waren wir in der Serpentine Avenue. Es war schon dämmerig und die Laternen wurden eben erleuchtet. Wir wanderten vor der Villa auf und ab, um ihre Bewohnerin zu erwarten. Das Haus war genau so, wie ich es mir nach Holmes' kurzer Beschreibung vorgestellt hatte. Doch die Gegend hatte ich mir viel einsamer gedacht. Sie erschien mir für eine kleine Straße in ruhiger Nachbarschaft sogar sehr beliebt. In einer Ecke plauderte eine Gruppe fröhlicher, rauchender Müßiggänger, drüben hielt ein Scherenschleifer mit seinem Rade und in der Nähe schäkerten zwei Soldaten mit einem Kindermädchen. Mehrere gut gekleidete junge Leute schlenderten die Zigarre im Munde langsam auf und ab. »Siehst du,« bemerkte Holmes, »dieser Heirat vereinfacht die Sache außerordentlich. Jetzt ist die Fotografie ein zweischneidiges Schwert geworden. Ich glaube nicht, dass ihr viel daran liegt, sie Herrn Norton zu zeigen, ebenso wenig wie unser Klient sie von seiner Prinzessin bewundert sehen möchte. Die Frage ist nur, wo finden wir das Bild? Ja, wo? Es ist höchst unwahrscheinlich, dass sie es stets mit sich herumträgt. Ein Bild im Kabinettformat ist viel zu groß, um es leicht in einem Frauenkleide zu verbergen. Vermutlich hat sie es daher nicht bei sich. Wo mag es dann stecken? Vielleicht bei ihrem Bankier oder ihrem Rechtsanwalt. Beide Möglichkeiten sind nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Warum sollte sie es einem anderen übergeben? Auf sich selbst konnte sie sich verlassen, aber sie wusste nicht, ob auch ein Geschäftsmann jedem politischen oder indirekten Einfluss widerstehen würde. Bedenke außerdem, dass sie entschlossen ist, es in den nächsten Tagen zu gebrauchen. Es muss deshalb stets zur Hand sein. Folglich kann sie es nur in ihrer eigenen Wohnung haben. Hat man dort nicht schon zweimal eingebrochen? Pah, sie verstanden eben nicht zu suchen. Und wie willst du das anfangen? Ich werde gar nicht suchen. Was denn? Sie soll es mir selber zeigen. Sie wird sich sicher weigern. Dazu gebe ich ihr keine Möglichkeit. Heuch, der Wagen kommt. Nun befolge ganz genau meine Vorschrift. Der Schein der Wagenlampen wurde sichtbar, und ein eleganter, kleiner Viersitzer rollte auf die Villa zu. Er hielt kaum, als schon einer der herumlungernden Leute herbeistürzte, um für das Öffnen der Türe ein Trinkgeld zu erlangen. Ein anderer hegte dieselbe Absicht und stieß ihn beiseite. Ein heftiger Streit brach aus. Die beiden Soldaten mischten sich ein und nahmen für den ersten Partei, während der Scherenschleifer sich auf die Seite des anderen schlug. Es kam zu einer förmlichen Schlägerei, und im Augenblick war die aus dem Wagen gestiegene Dame der Mittelpunkt einer Gruppe aufgeregter, zankender Menschen, die mit Fäusten und Stöcken aufeinander losgingen. Holmes stürzte sich zum Schutze der Dame mitten ins Gewühl, aber er hatte sie noch nicht erreicht, als er einen Schrei ausstieß und mit blutüberströmtem Gesicht zu Boden fiel. Dieser Anblick veranlasste die ganze Bande nach verschiedenen Seitenreiß auszunehmen. Nur einige Personen aus dem besser gekleideten Publikum, die teilnahmslose Zuschauer der Szene geblieben waren, beeilten sich der Dame und dem Verletzten, zu Hilfe zu kommen. Irene Adler war die Stufen emporgeeilt, auf der Schwelle blieb sie zögernd stehen und blickte auf die Straße zurück, wobei sich ihre prachtvolle Figur vom erleuchteten Hintergrund scharf abhob. »Ist der arme Herr schwer verletzt?« fragte sie. »Er ist tot!« schrien mehrere Stimmen. »Nein, noch ist Leben in ihm!« meinte ein anderer. »Aber ehe er ins Hospital kommt, ist's aus mit ihm!« »Das ist ein braver Mensch!« sagte eine Frau. »Wäre er nicht dazugekommen, hätten sie der Dame Uhr und Kette weggerissen. Das war eine böse Sorte. Da, er rührt sich noch!« »Hier kann er nicht länger liegen bleiben. Dürfen wir ihn hineintragen, Madamechen?« »Gewiss! Bringen Sie ihn ins Wohnzimmer! Da ist ein bequemes Sofa! Bitte hier!« Langsam und feierlich wurde er ins Haus getragen und im besten Zimmer niedergelegt. Vom Fenster aus konnte ich den ganzen Vorgang genau beobachten. Ich sah Holmes auf dem Sofa liegen, da die Vorhänge hinter den erleuchteten Scheiben noch nicht zugezogen waren. Beursachte ihm sein falsches Spiel in diesem Augenblick nicht doch Gewissensbisse? Jedenfalls fühlte ich mich tief beschämt, gegen diese schöne Frau Ränke zu schmieden, die mit so entzückender Freundlichkeit und Grazie für den Verwundeten sorgte. Und doch, jetzt konnte und durfte er nicht mehr zurück, und darum versuchte auch ich, jedes Reuegefühl abzuschütteln, und zog die Rauchrakete aus meinem Überrock. Ich beruhigte mich damit, dass ihr selbst ja kein Leid geschehen sollte, und wir sie nur daran hindern wollten, anderen zu schaden. Holmes hatte sich aufgerichtet, er machte eine Bewegung, als wenn er ersticken müsste. Ein Dienstmädchen beeilte sich, das Fenster zu öffnen. Im selben Moment sah ich ihn die Hand erheben, warf meine Rakete ins Zimmer und schrie aus Leibeskräften, »Feuer!« Mit Windes Schnelle verbreitete sich der Ruf weiter und lockte eine Menge Menschen herbei. Dicke Rauchwolken ballten sich im Zimmer und zogen aus dem geöffneten Fenster. Ich sah undeutlich die Schatten von hin und her laufenden Menschen und hörte gleich darauf die Stimme Holmes von innen versichern, es sei nur ein falscher Alarm gewesen. Ich drückte mich aus dem lärmenden Haufen und hatte noch nicht zehn Minuten an der Ecke gewartet, als Holmes seinen Arm in den meinigen schob und wir erleichtert und befriedigt den Heimweg antraten. Einige Minuten ging er rasch und schweigend neben mir, bis wir in die ruhigen Straßen von Edgewell Road einbogen. »Du hast es sehr geschickt gemacht, Doktor,« bemerkte er. »Besser konnte es gar nicht gehen. Nun ist alles in Ordnung.« »Du hast also die Fotografie?« »Das nicht, aber ich weiß, wo sie ist.« »Wie hast du das herausbekommen?« »Sie hat's mir gezeigt, wie ich dir voraussagte.« »Das ist mir noch unklar.« »Nun, ein Geheimnis will ich nicht daraus machen,« sagte er lachend. »Die ganze Geschichte ist höchst einfach. Du wirst natürlich erraten haben, dass auf der Straße alle im Einverständnis waren. Sie waren alle für den Abend engagiert.« Ich hab's mir fast gedacht. Als nun der Skandal losging, hielt ich etwas feuchten roten Farbstoff in meiner Handfläche. Beim Hinstürzen schlug ich sie mir vors Gesicht und sah nun natürlich zum Erbarmen aus. Das ist ein alter Kniff. Das ahnte ich auch. Man trug mich hinein. Was konnte sie dagegen machen? Und gerade in ihr Wohnzimmer, auf welches ich mein Hauptaugenmerk hatte. Es stößt an ihr Schlafzimmer. Mir konnte also nichts entgehen. Sie legte mich nieder. Ich schnappte nach Luft. Das Fenster wurde geöffnet. Du kamst an die Reihe. »Was konnte dir das helfen?« »Oh, sehr viel. Wenn eine Frau glaubt, ihr Haus brenne, wird sie instinktmäßig auf den Gegenstand losstürzen, der ihr am teuersten ist. Das ist vollständig naturgemäß, und ich habe es mehr als einmal zu meinem Vorteil ausgebeutet. Eine verheiratete Frau und Mutter greift nach ihrem Kind, eine unverheiratete Frau, nimmt ihren Schmuckkasten. Für mich stand fest, dass für unsere Dame das wertvollste Gut eben der infrage kommende Gegenstand sein musste. Sie würde alles aufbieten, ihn in Sicherheit zu bringen. Der Feuerlärm wurde großartig ausgeführt, der Rauch und das Geschrei hätten selbst Nerven von Stahl erschüttert. Sie reagierte denn auch vortrefflich darauf. Die Fotografie befindet sich in einer Nische hinter einer verschiebbaren Wandfüllung, gerade über dem Klingelgriff. Frau Irene war sofort zur Stelle, und ich überzeugte mich mit einem raschen Seitenblick, dass sie wirklich ein Bild erfasst hatte. Als ich dann rief, es wäre alles nur ein falscher Lärm gewesen, legte sie es wieder zurück, besah sich die Rakete und eilte aus dem Zimmer. Nachher habe ich sie nicht wiedergesehen. Ich stand auf und machte mich mit vielen Entschuldigungen aus dem Staube. Ich zögerte allerdings, ob ich nicht schnell die Fotografie in meinen Besitz bringen sollte, doch der Diener war hereingekommen und ließ mich nicht aus den Augen. So hielt ich es denn für besser zu warten, da eine kleine Überstürzung alles verderben konnte. Und jetzt? fragte ich. Ja, eigentlich bleibt kaum noch etwas zu tun. Morgen früh starte ich ihr mit dem Fürsten einen Besuch ab. Falls du Lust hast, kannst du uns begleiten. Wir werden dann ersucht werden, im Wohnzimmer auf die Dame zu warten. Aber ob sie uns oder die Fotografie bei ihrem Erscheinen noch vorfindet, ist fraglich. Vielleicht bereitet es seiner Hoheit eine besondere Genugtuung, das Bild mit eigener Hand wieder zu gewinnen. Wann soll der Besuch stattfinden? Morgens, acht Uhr. Dann wird die Dame noch nicht aufgestanden sein und wir haben freie Bahn. Wir müssen natürlich pünktlich sein, da man nicht wissen kann, welche Veränderungen diese Heirat in ihrem Leben und ihren Gewohnheiten hervorruft. Ich werde sofort den Fürsten benachrichtigen. Während unseres Gesprächs hatten wir die Bakerstraße erreicht und standen vor der Haustüre. Er suchte in der Tasche nach dem Schlüssel, als ihm ein Vorübergehender zurief. »Gute Nacht, Herr Holmes!« Das Trottoir war um diese Zeit ziemlich belebt, doch der Gruß schien von einem jungen Menschen in einem faltigen Überrock herzurühren, der eilig vorwärts schritt. »Die Stimme hab ich schon irgendwo gehört«, sagte Holmes, die schwach erleuchtete Straße hinunterblickend. »Wer zum Teufel mag das gewesen sein?« Ich schlief diese Nacht in der Bakerstraße und wir nahmen am anderen Morgen eben unser Frühstück ein, als der Fürst hereinstürmte. »Sie haben es wirklich?« rief er, Holmes bei den Schultern packend und ihm gespannt ins Gesicht sehnt. »Bis jetzt noch nicht.« »Aber Sie haben doch Hoffnung.« »Die habe ich.« »Dann bitte kommen Sie, ich vergehe vor Ungeduld.« »Wir müssen erst einen Wagen holen lassen. Mein Rockham hält vor der Tür.« »Umso besser.« Wir stiegen ein und fort ging es nach Briony Lodge. »Irene Adler ist verheiratet«, bemerkte Holmes. »Verheiratet? Seit wann? Seit gestern. Und mit wem? Mit einem englischen Rechtsanwalt namens Norton. Wirklich? Nun, lieben kann sie ihn jedenfalls nicht. Und doch wäre das im Interesse eurer Hoheit nur zu wünschen. Aber aus welchem Grunde? Weil das eure Hoheit vor jeder späteren Unannehmlichkeit sichern würde. Falls die Dame ihren Gatten liebt, liebt sie nicht eure Hoheit. Und liebt sie eure Hoheit nicht, warum sollte sie dann die Zukunftspläne eurer Hoheit zerstören wollen?« »Sehr richtig. Und dennoch, ach, ich wünschte, sie wäre mir ebenbürtig. Welch eine Fürstin wäre sie gewesen.« Er versank in nachdenkliches Schweigen, das auch bis zu unserem Ziel nicht unterbrochen wurde. Die Haustür von Briony Lodge war weit geöffnet, auf der Schwelle stand eine ältliche Frau. Sie verfolgte unser Aussteigen mit wahrhaft sardonischem Lächeln. »Herr Holmes, nicht wahr?« fragte sie. Mein Freund warf ihr einen fragenden, ja bestürzten Blick zu. »Allerdings, ich bin Herr Holmes.« »Wirklich? Meine Herrin hat mich schon auf ihr wahrscheinliches Kommen vorbereitet. Sie ist heute früh in Begleitung ihres Gatten mit dem 5.15 Uhr Zuge von Charing Cross nach dem Kontinent abgereist.« »Was?« Bleich bis in die Lippen fuhr Sherlock Holmes zurück. »Wollen Sie damit sagen, dass sie England verlassen hat?« »Ja, für immer.« »Und die Papiere?« fragte der Fürst heiser. »Also, alles verloren?« »Wir müssen zusehen.« Er schob die Dienerin zur Seite und eilte ins Zimmer. Der Fürst und ich folgten ihm auf dem Fuße. Die Möbel standen verschoben und unordentlich im Zimmer umher. Die offenstehenden Schränke und Schubladenschienen vor der plötzlichen Abreise noch schnell durchwühlt und teilweise geleert zu sein. Holmes flog zum Klingelgriff, schob ein kleines Türchen in die Täfelung zurück und zog eine Fotografie und einen Brief aus der Öffnung. Das Bild zeigte Irene Adler in Gesellschaftstoilette. Der Brief war an Herrn Sherlock Holmes adressiert. Mein Freund riss den Umschlag auf, und wir lasen ihn alle drei gleichzeitig. Er war um Mitternacht des vorherigen Tages geschrieben und lautete folgendermaßen. »Mein lieber Herr Holmes, Sie führten Ihre Rolle wirklich bewunderungswürdig durch, und es gelang Ihnen vollständig, mein Vertrauen zu gewinnen. Bis der Feuerlärm vorüber war, hegte ich nicht den geringsten Argwohn, doch dann sah ich ein, dass ich mich verraten hatte und wurde nachdenklich. Vor Monaten wurde ich schon vor Ihnen gewarnt und Sie mir als der Einzige bezeichnet, den der Fürst als Agenten verwenden würde. Ihre Adresse erfuhr ich ebenfalls, doch dies alles bringt mich auf Ihren Wunsch zurück. Anfangs schämte ich mich meines Misstrauens gegen einen so liebenswürdigen alten Prediger, aber Sie wissen, ich bin selbst Schauspielerin gewesen und verstehe mich daher auf eine gute Maske. Ich habe sogar oft genug selbst von Verkleidungen Gebrauch gemacht. Ich schickte meinen Diener John als Aufpasser ins Zimmer und warf mich oben in meinen Wanderanzug, wie ich ihn nenne. Ich wurde noch rechtzeitig fertig, um Ihnen bis zu Ihrer Haustür folgen zu können und mich selbst zu überzeugen, dass ich für den berühmten Herrn Holmes ein Gegenstand des Interesses sei. Unvorsichtig wünschte ich Ihnen sogar gute Nacht und beeilte mich, meinen Gatten aufzusuchen. Wir hielten es beide für das Beste, uns einem so furchtbaren Gegner durch die Flucht zu entziehen. Sie werden daher morgen nur ein leeres Nest vorfinden. Wegen des Bildes mag Ihr Klient völlig beruhigt sein. Ich liebe und werde von einem viel edleren Manne, als er ist, geliebt. Der Fürst mag völlig nach seinem Belieben handeln. Ich werde ihm, trotz seiner schweren Schuld gegen mich, nicht mehr in den Weg treten. Das Bild behalte ich in meiner sicheren Hut. Es soll mich nur gegen spätere Angriffe schützen. Ich hinterlasse eine Fotografie, auf deren Besitz der Fürst vielleicht Wert legt, und verbleibe, lieber Herr Sherlock Holmes, für immer Ihre ergebene, Irene Norton, geborene Adler. »Welch eine Frau, nein, welch eine Frau!« rief der Fürst, als wir das Schriftstück beendet hatten. »Sagte ich Ihnen nicht, wie schnell und entschlossen Sie handelt, würde Sie nicht eine großartige Fürstin geworden sein. Es ist ein Jammer, dass Sie nicht mit mir auf gleicher Höhe steht.« »Nach dem, was ich von ihr gesehen habe, scheint sie mir allerdings einen ganz anderen Standpunkt einzunehmen als Eure Hoheit,« äußerte Holmes kühl. »Ich bedauere nur die Angelegenheit, nicht zu einem besseren Abschluss gebracht zu haben. Im Gegenteil, mein lieber Herr,« rief der Fürst lebhaft, »einen besseren Erfolg kann ich mir gar nicht wünschen. Ihr Wort steht felsenfest. Die Fotografie ist jetzt ebenso sicher, als wäre sie ins Feuer geworfen.« »Die Worte Eurer Hoheit machen mich sehr glücklich.« »Ich bin tief in Ihrer Schuld, bitte. Sagen Sie mir, womit ich Ihnen danken kann, dieser Ring.« Er zog einen Smaragdreifen vom Finger und hielt ihn Holmes auf der offenen Hand hin. »Hoheit besitzen etwas, das viel höheren Wert für mich hätte. Bitte, nennen Sie es nur, diese Fotografie.« Der Fürst sah ihn erstaunt an. »Irenes Fotografie, aber natürlich, wenn Sie sie haben wollen. Besten Dank, Hoheit, in der Sache lässt sich nun nichts mehr tun. Ich habe die Ehre, guten Morgen zu wünschen.« Er verbeugte sich und ging, ohne die ausgestreckte Hand des Fürsten zu bemerken. Auf diese Weise wurde der drohende Skandal im Fürstentum O glücklich verhütet und die scharfsinnigsten Pläne Sherlock Holmes durch die Schlauheit einer Frau vereitelt. Sonst hatte er sich stets über die Weiberschlauheit lustig gemacht. Später habe ich nie mehr ein spöttisches Wort darüber von ihm gehört. Das war's. Hon. Ich habe ihn 계 Mir,